Auf der rechten Seite haben wir Tappwater und auf der rechten Seite haben wir Springwater von meinem Onkel. Ich habe mir zwei neue Elektrolyse-Apparatur gebraucht. Ich habe mir zwei neue Elektrolyse-Geräte bestellt. Die sind ca. 12 Euro. Und wir sehen uns, was passieren wird. Hier kann man sehen, welche Farbe das bedeutet. Und nur die Elektrolyse für eine Minute. Elektrolyse darf man nie länger als eine Minute machen. Und immer noch zwei Elektrolyse-Apparatur gebraucht werden. Weil die erste nicht funktioniert. Ja, das sieht gut aus. Die Elektrolyse ist vorbei. Ich werde eine zweite Elektrolyse machen. Auf der rechten Seite habe ich meine Lieblingswarte-Water. Das ist Mineralisiert. 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 Ich weiß nicht in Englisch. Und... Let's go, let's go. Und auf der rechten Seite haben wir wirklich High Springwater von der Sternstein. Und heute, nach der Arbeit, war ich im Waterhaus von der Sternstein. Ihr könnt es finden in meiner Schuhe. So, bitte check ihn aus. Und hier kann man sehen, welche Farbe die Elektrolyse ist. Und hier kann man sehen, welche Farbe die Elektrolyse ist. Und hier kann man sehen, welche Farbe die Elektrolyse ist. Und hier kann man sehen, welche Farbe die Elektrolyse ist. Und YouTube. Springwater ist der beste Wasser. Research Victor Schauberger. Research Flat Earth Springwater Jetzt geht es vor Hart, Untertitelung des ZDF, 2020